Rainer Mercedes-Echerer ist eine österreichische Bühnen- und Filmschauspielerin, Moderatorin von Radio- und Fernsehsendungen und Politikerin der Grünen. Leben Mercedes-Echerer ist zweisprachig aufgewachsen. Sie maturierte 1981 am Borg Linz und machte danach eine Ausbildung in Schauspiel, Tanz und Gesang am Linzer Landestheater. Von 1999 bis 2004 war sie Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen ohne jedoch Parteimitglied zu sein. Sie war in verschiedenen Europäischen Parlamentsausschüssen, darunter Recht und Binnenmarkt, Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport und Haushalt. Daneben war sie Vorreiterin in Bezug auf Software-Patents und Urheberrechtsfragen. Von 1991 bis 1996 moderierte sie die Kunststücke und Gala des Prias Elektronika im OEF. Sie hatte Engagements unter anderem am 1984 zu 1985 Theater an der Wien, 1985 zu 1989 Wiener Volkstheater, 1990 zu 1998 Theater in der Josefstadt. 2004 gründete sie das EU-XXL-Film Forum and Festival of European Film. Im Jahr 2015 erhielt sie den Berufstitel Professor, Filmografie, 1985, Schmutz-Regie, Paulus Manker, 1985, Nach-Saiso-Regie, Wolfram Paulus, 1990, Café DL Union-Regie, Dominikus Probst, 1991, Fahrt in die Hauptstadt-Regie, Wolfram Paulus, 1993, Halbe Welt-Regie, Florian Flicka, 1996, Der See-Regie, Thomas Roth, 1999, Wanted-Regie, Harald Sicheritz, 2016, Agonie-Regie, David Clay-Dies, Fernsehen 1990, Landläufiger Tod, 1995, Unser Opa ist der Beste-Regie, Helmut Lohner, 2004, Ein glücklicher Tag-Regie, Paul Hensch, 2006, Vier Frauen und ein Todesfall-Regie, Wolfgang Mornberger, 2006, Natur auf der Dachterrasse-Regie, Barbara Puschkasch, 2007, Der Winzerkönig-Regie, Claudia Jübner, 2008, Schnell ermittelt-Regie, Michi Riebe, 2008, Der Täter-Regie, Michael Kreisel, 2009, Meine Tochter nicht-Regie, Wolfgang Mornberger, 2012, Die Rache der Wanderhure, 2012, Janus, 2014, Die Detektive, Hörbücher, Brav sein ist schwer. Wie ist es von Dearest-Regie? Dearest 증enswert, Die Areste? Wo ist selbst zuge tripen. dieseENCE-Regie, verb